Hallo, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Minecraft PS4 Edition. Warum ich so traurig klingel, ja, vielleicht seht ihr es schon in meinem Inventar. Ich habe den Eingang zu dem Dschungel-Tempel gefunden, mein Pferd ist auf der anderen Seite und ich habe mich hier hingestellt und musste am PC kurz ein paar Folgen Order hochladen und war halt in der PS-Taste drin, quasi so, dass mein Home-Menü ist. Ich habe nicht darauf geachtet und gehe ins Spiel wieder rein, auf der steht da, Respawn, du bist gestorben, toll. Dann bin ich gespawned, natürlich zurück in meiner Hütte, ohne alles. Bin den ganzen Weg hierher wieder gelaufen, ohne Karte und war natürlich zu spät dran, das heißt, mein ganzer Krimskrams ist weg, ich habe keine Karte, aber wir sind trotzdem jetzt im Dschungel-Tempel und ich hoffe einfach nur, dass es sich jetzt gelohnt hat, hierher zu kommen, weil mein Diamantschwert ist weg und alles. Gut, der Schalter macht nichts. Halt. Das einzigste, was ich mitgenommen habe, ist ein bisschen was zu essen. Aha. Den lieben, netten Dispenser hier. Den Trick kenne ich doch. Genauso das hier. Au. Na ja, Diamanten nehmen wir ihn. So, ich weiß aber, hier in diesem Dschungel-Tempel gibt es noch geheime Räume und zwar hat es was mit diesen Hebeln hier zu tun. So, jetzt ist irgendwo irgendwas aufgegangen. So, jetzt müssen wir nochmal gucken, wo das war. Okay, hier war es nicht. Vielleicht hier irgendwo auf der Rückseite. Okay. So, jetzt hat es zweimal klick-klack gemacht. Irgendwo ist jetzt... Muss jetzt irgendwas aufgegangen sein. Die Frage ist halt wirklich nur, wo? Das hier ist es nicht, das hatte ich gemacht. Es muss unten irgendwo sein. Wo ist... ...der geheime Raum? Ich möchte das Rätsel natürlich erstmal so lösen. So, wenn wir es jetzt... Okay. Es klingt, als würde immer hier irgendwo was aufgehen. Ich sehe hier nichts. Es gibt ja auch sonst keinen... ...andern Weg. Halt. Nee. Das wäre es jetzt gewesen. Äh. Ich kürze jetzt einfach mal ab. Ich weiß, macht man normalerweise nicht. Aber... Ich kürze jetzt trotzdem einfach mal ab. Weil... ...ganz ehrlich, ich hoffe einfach nur, dass die Mühe sich gelohnt hat. Weil ich nämlich jetzt keine Lust habe, mich jetzt noch hier mit dem Zeug zu beschäftigen. Gold. Verrottete Knochen. Das schiebt die da rüber. Was schiebt denn da rüber? Das hat ja nur was mit der Treppe zu tun. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Wenn, dann müsste man ja jetzt... ...sagen, dass der hier... ...hier zurück müsste. Und der hier... ...hier eingefahren. Dann passiert was. Ach so. Das ist hier schon mal offen. Ach so. Ja gut. Die Klebekolben nehme ich mit. Also auf gut Deutsch, das hat sich überhaupt nicht gelohnt. Das ärgert mich etwas. Das war der erste Dschungeltempel. Und ohne Karte... ...können wir es jetzt eh vergessen. Das heißt, ich muss jetzt erst wieder eine neue Karte anfertigen. Was ja auch noch der größte Bullshit ist. Ich krieg's kotzen. Ehrlich. Ich... ...habe langsam genug. So, ich muss jetzt erst mal... ...mir kurz überlegen, wo ich hergekommen bin. Weil der Weg ist nämlich gar nicht so easy gewesen, wie man sich das vielleicht bedenken kann. Und ich weiß... ...grob noch die Richtung. Und diese Richtung werden wir dann auch einfach einschlagen. Weißt du, und wieder ein riesiges Dschungelbiom hier. Ohne auch nur im Ansatz irgendwo Melonen zu haben. Also ich seh keine. Was wir hier für eine Odyssee durchmachen müssen, nur um an Melonen ranzukommen, ist echt nicht lustig. Das ist schon irgendwie komisch. Aber solange es euch unterhält, ne. Ihr mir beim Leiden zusehen könnt. Egal. Wir reiten jetzt nach Hause. Es wird zwar schon wieder dunkel, aber es ist mir jetzt egal. Wir reiten jetzt nach Hause. So, hier... ...kommen wir nicht durch. Oder doch. Ich will hier raus. Komm schon. Komm schon. So, ich weiß nur noch grob die Richtung, ganz ehrlich. Ich kann's nicht genau sagen. Das heißt, es wird... ...jetzt eine Reise auf gut Glück. Ich weiß nur noch, ich bin ziemlich lange geradeaus durch den Wald gelaufen. Irgendwann da vorne kam Schnee. Oh nein. Oh, das war knapp. Ich sehe nichts. Warum ist das so komisch mit den Blättern immer? Warum kommt man da nicht einfach durch? Das verstehe ich immer nicht. Ist das Pferd wirklich so breit, dass es einfach nicht durchkommt? Scheiße. Wie gesagt, wenn wir Glück haben, sehen wir die Lichter von unserem Haus. Ansonsten sehe ich nämlich persönlich schwarz. Das will wir da nach Hause finden. Und schon wieder hänge ich an irgendeiner Ecke. Wie gesagt, ich bin ziemlich lange einfach geradeaus gelaufen. Da vorne ist aber diese Wüste mit diesem Tempel, wo wir waren, oder? Das müsste doch dieser Punkt gewesen sein, ja. Das heißt, wir dürften gar nicht so weit weg sein. Das heißt, hier können wir schon mal rüber. Wir müssen dann nur noch in diese Richtung. Ich mache mir dann eine neue Karte. Neue Ausrüstung und alles drum und dran. Zwar erst in der nächsten Aufnahmesession, weil das frustet mich gerade zu viel. Außerdem muss ich noch so viele Videos bearbeiten und das alles vor der Arbeit noch. Ich habe ja eine Spätschicht. Das heißt, ich sitze jetzt hier. Es ist ungefähr 10 vor 11. Und um 13 Uhr fahre ich auf die Arbeit und komme dann erst um 10 Uhr nach Hause. Oh, scheiße. So eine kleine Gurke ist das letzte, was ich jetzt haben wollte. Das klang jetzt irgendwie so falsch. Ich sehe unser Haus. Jetzt ganz ehrlich, sowas wünsche ich niemandem. Das, was ich hier durchmache, ist echt die Hölle. Alles verloren. Zum Glück hatten wir nichts Großartiges dabei, außer vielleicht ein bisschen Essen. Auch wenn das schon selber an sich ärgerlich ist. Naja. Das ist wirklich ärgerlich gewesen. Hä? Wo kommt denn der jetzt her? Wir haben alles verloren. Alles. Ich habe zwar noch Diamanten. Ja gut, genug Eisen habe ich ja. Es ist ja nicht so tragisch. Papier haben wir ja auch noch. Jetzt darf ich halt zusehen, dass ich die ganzen Zeugs wieder mache. Jap, 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 jap. So ist das nochmal. Papier haben wir leider nicht genug. Da muss ich dann später erstmal wieder besorgen. Das ist jetzt halt echt wirklich ein bisschen blöd gelaufen. So. Mal erstmal eine Rüstung. Wenn ich es ganz so nackig hier rumlaufen. Oh, mein Eisenschwert noch machen, wäre nicht verkehrt. Naja. So, für einen Kompass brauchen wir Redstone und Eisen. Stimmt's? Ja. Das heißt, ich mache nochmal zwei Karten. Zwei, drei. Okay. Das ist schon nicht mehr witzig. Aber egal. Ich werde versuchen, einfach wie immer das Beste draus zu machen. Auch wenn ich nicht genau weiß, was das sein soll. Trotzdem werden wir einfach weitermachen. So, ich mache mal drei Karten. Okay. Da brauchen wir halt Papier. Aber ich habe eine Stelle, an der wächst extra für uns ein bisschen Zeug. Die hatte ich ja damals angelegt. Die benutze ich auch immer wieder. Gut. Essen. Ja. Haben wir noch. Geht eigentlich. Ich nehme mal kurz ein paar Karotten mit. Die verfütter ich ja mein Pferdchen. Oh, Mann. Also, ganz ehrlich. Ist schon happig. Jetzt brauchen wir nur noch Papier. Papyrus und die blöden Haken. Die tue ich auch mal weg. So, alles wieder aufgeräumt. Rüstung ist an. Creeper creept noch rum. Ist mir jetzt aber egal. Ich renne einfach an dem vorbei. Kann er machen, was er will. Der da vorne ist mir auch relativ Banane. Weil ich will ja eigentlich hier hin. Gut. Hier ist noch nicht so viel gewachsen. Ist aber nicht so schlimm. Können wir da schon so Papier draus machen? Ne, brauchen wir natürlich erst wieder eine Werkbank. Ähm. Warum ist die überhaupt so wenig? Von dem Zeug. Egal. Gut. Dann würde ich sagen... Sehen wir uns dann wieder in der nächsten Folge. Ich versuche jetzt noch den Creeper da zu killen. Ja. So. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. beim nächsten Dschungeltempel, wo wir ihn reiten werden. Also. Macht's gut. Ciao.